erinnert mich teilweise an vorn aus New Vegas den ganzen Banditen die überall herkamen noch mehr da so darf ich jetzt mich mal ein bisschen konzentriert auf meine Arbeit ich habe eine Mission hier bestiegt den Weg ok ich muss da hoch wenn es nach der Musik ginge ist das alles noch nicht beendet bin ich jetzt richtig? ja ich bin richtig im Kommandomodul sind die neueste Generation von Maschinensoldaten gebaut soweit wir wissen bietet von dort aus einen Zugang zur Kommandozentrale so so aber erst mal muss ich da hinkommen das ist ja die andere Sache ähm bin ich hier richtig bin ich hier richtig wie das ist wirklich keine Gefahr ähm so das ist für mich keine Gefahr ähm die Tür ist verschrotten der hängt ja überall fest okay wo muss ich lang immer dem kiel entgegen wahrscheinlich nach oben wenn die treppe schon so anleucht hat das hat das so wo muss ich jetzt hin ok ich gehe mal hier lang hat keinen besonderen Sinn und Zweck ich komme hier oben wieder an da Dankeschön liebe Spiel so und gleich wieder diese Begrüßung treten als ob so ein kleiner Tritthüfter auch nicht mehr wenn du da wenn ich dann komme dann dann ist meist alles kaputt gibt es hier auch wieder was oder was weiß ich jetzt soll mal auf hier rumzumeckern also gräbisch leer ja da irgendwas rot dieses Geräusch bedeutet ich hatte recht boah ich muss um den Spielen treffen ey und ab zur Erde ach ja da mal gucken boah ist das schön krass jetzt probleme ok sie lassen einfach einmal nicht gehen also man möchte sie einfach weg möchte in Ruhe lassen wie sie das sehen die lassen eigentlich gehen hier die sind sowas von nervig lasse mich raus ich will nach haus naja ich bin unverwundbar das wisst ihr es nicht aber von hier kam ich ja war hier noch jemand ich nehme mich gerne noch mit ich wollte mich noch von sie verabschieden komm wir gehen mal und da war auch noch einer hat der ding auch in eingang ah so 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 das ist doch perfekt damit kann ich doch jetzt nach raus super kommando zentrale london nautica transporter nummer vier meine ladung ist zerstört ich wurde von einem verdammten terroristen angegriffen und kam gerade noch mit dem leben davon das ist ja alles in diesem leben gesehen habe wow immer schön rauf da da kann ich mir antworten das feuer ich glaube ich habe fünf kontinenten unter und aufsteigen so 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 aber alles was ich will ist dich wieder zu sehen nicht schlecht gut gelandet so so aber aber erst mal muss ich hier irgendwie raus nö nö das ist jetzt nicht nö Untertitelung des ZDF, 2020